Ok, den können wir aber auch rein, oder? Ja. Ne, den kann man nicht rein. In dem Dialekt reden, dass ich das für im Stream irgendwie künstlich habe, dass ich mal so Dialekt rede und der hackt. Und da das einfach mehr Light Seng wie im Stream. Mhm, nicht viel an jeden Gegner. Es tut mir leid, dass jetzt wieder so lange keine Videos kämmen sind, aber... Dass ich mal ein Video mit Dialekt machen sollte, dann hören wir doch, warum nicht. Damit ist eigentlich verstehens soid, hör mal. Ich stirb aber an jedem Gegner! Sohn... Es bockt, es bockt, es bockt, es bockt nicht! Machen's soid... Und ich raste gleich aus! Ich raste gleich aus! Ich raste gleich aus! Ich raste gleich aus! Ich raste schon... Ey, Mann! Lade nicht die ganze Zeit weg! Ich raste gleich aus! Ich raste gleich aus! Jawoll! Jawoll! Ich raste nicht! Aber den kann man holen, oder? Wollt! 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 Das wird irgendwann so randomsfarrig... Wie den da! Aber... Er wird den diesmal killt! Und die... Fuck! In dem Dreck ist kaum ein NCP! Und dann, ja, komm! Du bist einfach raus! Bis zum nächsten Mal.